ja meine viele leute dass ich lustig bin auf eine idiotische art und weise ja oh ja oh yes oh yes ach ja ach komm du magst es auch was dass du so bescheuert bist ja sonst wird es auch nicht bekloppt ein projekt heißen sonst würde es heißen wir fangen immer ein neues let's play an projekt naja war ja keine anspielung auf irgendjemand hey war es ja auch nicht hallo das ist jetzt mit dir schon wieder falsch ich hab nichts gesagt du behauptest mal solche sachen ja da wird ja auch das wegen diesen manchen diesen stein nein das ist aber nur ein einfacher hat gemacht hatte ich auch ja fans getrunken die älter sco das kann ich immer diese benachrichtigen ausstellte bei steam hast du eigentlich für videos ja okay weil ich noch einen zweiten bekommen ich glaube ich werde in der woche abgibt es gar nicht erspielen ich jetzt glaube ich gar nicht erspielen mir auch gar nicht holen weil du wieder zahlen darfst du für monat nicht ja das ist kurz mich an naja das soll ja auch für die konsole kommen und da will ich hoffen wenn das für die konsole kommt dass die gleichen mods oder die gleichen bedingungen für mods irgendwie wenn sowas kommen für server auch da gewährleistet ist ja ja das wäre mal ganz schön ich hoffe dass er funktioniert wie hier was denn das ding hab ich ach so ist er schon voll ja soja ich glaube meine oma soll ich dir mal mit nein ich meine fläche eben ach so benni nee mein bruder der kann auch nicht warten komm so mit ey warte mal ganz kurz ich müde mal ganz kurz ne naja mach das du bist ein vogel jetzt muss ich jetzt muss ich allein unterholter sein weißt du der bewegt sich da auf der karte aber sonst macht er hier nix zettelst komm mal hoch du hörst mich eh ich weiß das das ist so ein cheater das müsste aufpassen guck dir den an so der ist nur am cheaten mach da unten keinen mist ich sehe das du bewegt sich ich weiß das mach da keinen mist ich warne dich ich hab augen wie nadel mach doch ruhig ach guck mal da bist du schon wieder ich sollte doch mitkommen ja warte hier macht ihr doch so zu hause komm mal mit komm mal hier necke mach dir das hier so eine charging bench ja das ding hab ich schon gesehen gehabt und was ist damit kannst du aufladen weißt du warum ich so viel packs hat du kannst alle reinschmeißen so ein hv pen ultimate ok wenn dir zu viele packs hast du da jetpack oder keinen helden auf dann schmeißt die sache immer da rein ok ich glaub dir grad ein bisschen strom das juckt mich weniger wir sind acht sekunden sieben sekunden gleich fertig weißt du hast sowieso genug strom also und fertig da unten steht ja immer so ne zeit ich muss mir die anderen wieder machen ähm diese mit diese redstone energie da weißt du ein energy cell wo du mit deine antreibst ja die hab ich da unten weißt du ich weiß gar nicht mehr wie ging das mit der energie geben am besten mit labern war das ne welche meinst du die voll zu füllen die redstone wie machst du das jetzt mit redstone oder was meinst du du musst ja mit redstone füllen mach ich ja da wegen der energie ne die hier die wandle ich da um hier an dieser stelle da wo da ach ja das ging ja auch stimmt ja und da unten ist noch dieser producer die wandle ich ja um weil die hinten ist so ne hallo das ding ist voll immer ja stimmt ja das ging ja auch weil jetzt ist nachts aber jetzt könnte ich zum beispiel atomkraft ne einschalten das ist ja weil ich würde ja jetzt auch laser bauen und dafür brauche ich die ja ja natürlich mal gucken ob das hier reicht ich kann man kann die ja auch mit den anderen haben aber damit gehst du ja besser hey brauchte ja ich wollte grad sagen brauchen nicht alle hm ich werde aber nicht ich weiß nicht ob ich noch mehr machen weil das war dein haus da war ja schon übertrieben da waren die dinge ruckzuck fertig mein haus das war johnny's was damals da auf dem anderen projekt war ja das war ja also also wie ich das übertreiben wenn das so ganz locker fluckig hier läuft dann reicht das ja ich kann ja nochmal die ich kann die laser ja erhöhen hier hör mal wieder ab ich tf was denn ich bin durchs portal gegangen und mit einmal hör ich wie du ne truhe aufmachst hä ja die sound spacken gerade irgendwie so ein bisschen rum ich hab keine truhe geöffnet gerade ich hab nur das interface von diesem von dem laser aufgemacht hä ach wie ging das irgendwie am jetpack ne hm vielleicht hängen meine sounds auch grad ganz schön hinterher das könnte möglich sein siehst du bei der aufnahme ja wollen wir mal kurz schlafen gehen ähm können wir machen wollte ich eigentlich nicht aber warum ich bin ich nicht weg ich bin gerade durchs portal runter zu kommen ähm monster nearby ist welches monster hat mich jetzt getriggert ach man jetzt kann ich schlafen hm 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 não fda woche Filme jetzt schon wieder zentos was denn einmal brauchst du den magma crucible und einmal den liquid transposer und danach brauchst du die conduits und dafür brauchst du auch noch den pulverweiser feuer ja ja weil der muss ja dieses lied ohr machen das kann messwerter nicht machen das ist klar zelda elektromengut habe ich ja schlimm schlimm ja kannst ja machen aber letztes elektromengut habe ich ja aber led 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 land oder so ach so ich wollte die gata hier gucken wie geht es genau geht es und hagen glas reisen und einmal ne enderperle ocht assim konnte man nur mit einem das schönste machen ja aber du hast ja alles hau ab hau ab hau einfach ab such dir was anderes aber nicht mal hier hallo oh fuck ja ja ich hab eine Höhle in der Nähe oh mein Gott was kommt davon oh ja ich bin du dieses ganze gekraftet an ach das waren ja vier Eisen genau einmal Enderpearl 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 ne ich übertreibs gerade mal mit diesen posierenden Gattern was war noch mal die energiequelle strom ja welche also ich meinst deswegen umwandeln egal naja engine braucht immer noch finde ja bau dir doch hier so was ich jetzt mit den umwandlern kann es auch einfach normalen strom benutzen also ich zieht zwei strom solarstrom das geräusch ja ist wirklich so ich habe irgendwo ein slimy hier ein slimy ein slimy so jetzt macht er gerade die ja liquid transposer magma cruzabell so das wird hergestellt das wird hergestellt das könnte ich ja so machen jetzt habe ich wieder keine fackeln weil der alles oder zwei stück mit dem dann an umgewandelten energie mit bildkraft habe ich jetzt ich sehe zu hv konzer und energie bei britsche 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 und den producer musste erst den consumer machen dann tust du den consumer in de workbench und dann kriegst du einen producer ja 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 das ist fertig das ist fertig ja ja wo ist denn mein slime ist der oma am hüpfen ich höre ihn doch ich hab schon wieder vergessen den wieder geschät producer ich schreibst du da auf ich sehe tue hv consumer war das ja ja je nachdem was du für ein ding haben willst ne ja den habe ich aber auch da dran weil ich auch nur 512 hv panel habe also hast auch ultimate deswegen musst du die auch nehmen ja ja und dann brauche ich was war das dann noch mein energie britsche britsche laufen die eigentlich noch warum habe ich jetzt ausgeschaltet oder oder kriegen die hier keinen strom jetzt sagen wir mal kriegen die keinen strom hier blöd das energie die ist voll sagen wir mal einer worum die dinge nicht anlaufen ach ja weiß ich nicht energie britsche ok gold glas dir und das ist nicht teuer ne ne ist es auch nicht ich weiß noch wo wir das auch auf dem mega projekt server ganz anders angetrieben haben alles ja hat auch noch bc protection und energie britsche also vorne naja wie eine mme brauche ich den strom nicht so weit transportieren mhm dit 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 jetzt weiß ich nicht was das für ein ach ja gleich ist schon so ein vogel 322 wie war das wenn man die webtabel abbaut dann bleibt das trotzdem gespeichert oder ja ok ich habe auch werktabel jetzt aber wäre ja was wenn das nicht so wäre ne ne es gespeichert sooo ich brauche noch pipes beide sagen sooo 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 mexico pingheim pingheim ach ja vielleicht was ich sagen tü tü nein doch das wüsste ich ich sag es dir doch deswegen musst du es doch wissen tch 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 ne habe ich aber nicht boah mein Inventage wurde so zugemüllt tch 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 t Was ist das?